Ich habe zurzeit Familienbesuch von meiner Frau aus Mexiko und aus Kalifornien. Und ich zeige euch mal, was sie bis jetzt erlebt haben. Wir sind zuerst von Paris mit einem kleinen Zwischenstopp nach Köln gefahren und von dort dann sechs Stunden mit einem Flix-Drain, ihr könnt es im Hintergrund hören, das war echt heftig, nach Berlin. Dort gab es erstmal einen Blick in die beste Küche für mich in ganz Europa. Wie liebst du in der Köln, Gary? Es ist sehr interessant, es ist so divers und es ist nicht so verrückt wie New York. Es darf natürlich nicht fehlen, Berliner Döner. Mit ein bisschen Barkwoller. Und von dort aus ging es dann weiter nach Nürnberg. Lange nicht mehr gegessen, wirklich schon lange nicht mehr. Dann ging es einen Tag nach München. Wie liebst du es, Gary? Es ist ein kleines Glas, aber es ist gut. Kurzen Stopp in Bamberg und dann hat sich der Gary nochmal ins Gästebuch im Roten Rathaus eingetragen. Berlin so far? Es ist wirklich faszinierend. Es erinnert mich an New York, aber es ist viel cleaner und sicher. Das ist auch schon der letzte Tag. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ich Ihnen noch alles zeigen könnte.